Was fühlst du, dass du nach Wahlen trainierst? Ich bin sehr glücklich, dass wir nach England gehen. Wir gehen nach Wahlen, nicht nach England? Ja, ich weiß, dass es eine bestimmte Unterschiede gibt. Ich bin auch sehr glücklich, dass ich nach Wahlen kommen werde, weil ich hoffe, dass ich mit dem Belgischen sprechen kann. In Englisch? Ja. Du hast nicht mehr Welsch gelernt? Nein, alles Englisch. Das ist Lüneburg, Headquarters of the West German 84th Tank Battalion. Das ist die Unit, die kurz nach Kastelmartin in Wales, für Training. Die Badge der 84th Battalion ist, da oben da oben, ein Green Dragon. Wir sehen, wie die Green Dragon von Lüneburg ist bereit zu treffen, und die Red Dragon von Lüneburg. Was fühlt sich daran, dass wir nach Wahlen trainieren? Ich bin sehr glücklich, dass wir nach England gehen. Wir gehen nach Wales, nicht nach England? Ja, ja. Ich weiß, dass es eine bestimmte Unterschiede gibt, aber ich war in England letztes Jahr, und ich hoffe, dass wir als Soldaten werden, als Zivilisten sind, als Zivilisten sind. und die Menschen mit den Soldaten lernen, um das Land lernen zu lernen. Jetzt bist du ein Radio Operator, nicht wahr? Was denkst du, um nach Wales zu trainieren? Ja. Ich bin auch sehr glücklich, dass wir nach Wales kommen, weil ich hoffe, dass ich mit den Welchen sprechen kann, und zu hören, was ich denke. Du wirst mit den Welchen sprechen? In Englisch, doch? Ja. Du hast keine Welche gelernt? Nein. All Englisch. Aber ich denke, dass ich mich verstehen kann. Ich. Und ich freue mich, sie zu treffen. Ja. In Englisch halten, aus dem Anfang Grunde, damit die englischen Fernsehzuschauer an ihrem Bildschirm auch etwas verstehen können. Diesen ganzen Komplex von Inseln. Der richtige Name dafür ist Great Britain. Great Britain und Englisch und wer weiß, wer das ist? Ja. Schlankfeier und so weiter. Das ist so schwierig, das wird uns jetzt der Friedrich Aubry noch mal vorlesen. Gut. Schlankfeierpuls Weiswegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegwegweg Untertitelung des ZDF, 2020